Wir haben heute Masaya Okugawa verpflichtet, ist ein Offensivspieler, der flexibel einsetzbar ist, technisch sehr gut ist und auch schon gezeigt hat, dass er Assists geben kann und Tore schießen kann. Er ist flexibel einsetzbar, hat einen Zug zum Tor, kann gut dribbeln, ist technisch sehr stark, auch beidfüßig und wir freuen uns auf das zusätzliche Element, was wir ab sofort in unserem Kader haben. Ich habe schon hier gespielt, es war sehr geil, das Fans ist top, das letzte Mal war ich Gegner, aber jetzt sind unsere Fans, ich freue mich sehr. Ich kenne schon Trainer und Spieler als Latze, Mehfo und Guy Lamont, er ist alles sehr gute Spieler. Genau, Masaya kennt die Liga, kennt das Land, kennt auch schon einige seiner neuen Mitspieler und den Trainer, von daher hoffen wir uns auch, dass die Eingewöhnungszeit sehr, sehr kurz verläuft und uns relativ schnell helfen kann. Eingewöhnungszeit Eingewöhnungszeit Eingewöhnungszeit